Würdest du bitte das Kinn heben? Ja, und jetzt zeig mal das Tier in dir. Ah, du... Ah, du machst... Ich dachte, es wäre Gedichte sehen. Wirklich mutig, so spät Kinder zu kriegen. Danke. Aber Sie haben sich gut erwischt für Ihr Alter. Kau, kümmern Sie um das Kinn? Und Sie haben gelegen Zeit, sich noch was anderem umzuschauen. Sehr praktisch. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Hast du das ja schon gesagt, Carly? Was? Dimmstür Architecture ... 2 2 3 4 Vielen Dank.